Ihr Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut, genauso wie heute ein YouTube-Video. Sorry, Freunde, dass jetzt gestern kein YouTube-Video kam, ich war besoffen. Hier sieht man's. Sauerei, muss jetzt auch ein bisschen aufräumen. Ich bin gerade aufgestanden, guten Morgen erstmal für mich. Jetzt wird zweite Bundesliga angeschaut, heute ist Sonntag. Das heißt, ich lade jetzt ein YouTube-Video hoch, das kommt für gestern. Dann lade ich nachher noch eins hoch für heute. Dann lade ich jetzt ganz normal weiter. Sorry, Freunde, dass ich das ein bisschen vernachlässig habe. Aber, ja. Ich werde, ja, jetzt das nochmal sagen. Sorry und so. Also, Freunde, heute ist es mal Thema Bundesliga. Ich finde einfach allgemein Bundesliga schon. Sky oder zum Beispiel, wenn es mal live kommt, kommt ja auch manchmal live. Zum Beispiel, wenn jetzt mal lange Ferien war, Weihnachtsferien oder sonstiges. Das ist saisonlos, geht an, zeigen Sie, es ist einmal live. Also, Freunde, ich sag immer so, die Bulgarien Sky haben die, wobei das nicht so leisten können. Genieße es immer am meisten. Auch Champions League, die Ruhe halt kein Sky haben. Weil ich bin ein Mensch, ich brauche Fußball. Ich will jedes Spiel sehen. Ich finde einfach, Fußball ist ein toller Sport. Klar gibt es auch Mannschaften, die mich nicht interessieren. Aber ich schaue es trotzdem. Und ich freue mich dann immer auf das meiste Spiel. Ich spiele nachher St. Paul und ich denke immer an meinen Nachbarn. Mag ich einfach nicht. Und es gibt auch Bundesliga, wo dritte Liga ist, Freunde. Gefällt mir nicht. Aber ich schaue es trotzdem, Freunde. Weil ich finde einmal Fußball ist einfach, ich will einfach mal schauen. Ich freue mich, wie Leute so spielen. Und ja, dann freut man sich auch am meisten, wenn dann die erste Bundesliga spielt. Komm, wir jetzt spielen Zweite und ich freue mich einfach am meisten auf die erste Bundesliga. Und ja, genau. Das wollte ich gesagt haben. Gestern hat ja Freiburg 1-1 gemacht. Bayern hat 0-0 gemacht, warum auch immer. Aber gut, es ist auch so eine Sache, das juckt einfach niemand mehr. Weil Bayern erstes Meister schon ist. Vom Gefühl her. Und ja, CC jetzt auf die Champions League kann sich gehen. Das ist der Bescheid, Freunde. Und aufs DFB-Pokal. Und genau, das wollte ich gesagt haben. Gleich gegen Besiktar spielen sie noch in Besiktar. Das ist eh schon gelaufen. Aber danach spielen sie ja, wird ja noch ausgelaufen gegen, wenn sie spielen. Das wird gegen Besiktar, der nicht mehr spannend ist. Weil sechs Tore müssen die machen, Besiktar. Und das kann ich gerade vergessen, Freunde. Und Besiktar, das habe ich gerade aufgestanden. Und Ding spielt ja dann, wenn sie das Spiel wie in den alten Zeiten gegen Chelsea spielen. Das waren echt noch geile Zeiten, Alter. Chelsea war gestern damals richtig geil, wo sie mal gegen Neujahr, gegen Bayern gewonnen haben. Ich hoffe, dass das diesmal wieder so ist. Ja, so ist das, Freunde. Ich bin mal gespannt, ob ich das sich hoffentlich wieder antreten. Aber ich weiß nicht, ob Chelsea weiterkommt, weil Chelsea spielt ja in Ding. Jetzt haben sie zu Hause gespielt in Barca, jetzt spielen sie in Ding nochmal. In Chelsea, äh, in Barcelona. Jetzt haben sie gegen Barcelona gespielt, daheim. Also Chelsea gegen Barcelona. Und jetzt spielen sie aber in Barcelona. Und ich denke, dass Barcelona weiterkommt. Also ich denke, dass ich die Chelsea nicht gewinne. Aber gut, das sehen wir ja dann. Und ja, dazu kann ich nicht viel sagen. Wir sehen es einfach dann. Und, genau. Wenn ja, hoffe ich, dass sie gegen Bayern kaufen. Oh, hoffentlich, dass Bayern gegen Real spielt und dass Real dann Bayern rauslägt. Weil, ja, viele sagen immer, warum bist du eigentlich gegen Bayern? Ich mag halt Bayern einfach nicht. Ich weiß, ich feiere Real auch nicht. Aber wenn sie gegen Bayern spielen, bin ich natürlich für Real. Ich will, dass Bayern rauslägt. Ja, und dann spielt Juve. Ich will, dass Juve, ich gönne das Buch von Vergangenheit im Herzen. Schönen Sie mal zu werden. Gönne ich im Heft. Gut, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie wisst ihr, was es zu tun hat. Ich sage wieder schon mal, wir sehen uns dann nachher, aber heute Abend noch auf dem nächsten YouTube-Video. Und ja, sag mir nochmal, dass es nicht pünktlich kam. Aber wie wisst, Alberto, ja, hat auch mal was zu tun, sagen wir es mal so. Will auch mal sein Leben genießen. Ja, ich sage wieder schon mal, ich sage gute Nacht. Was soll ich jetzt mal aufräumen, Freunde? Ich hätte schon länger schlagen können, aber ich bin ja wirklich müde, Alter. Naja, ich sage wieder schon mal, ja, bis dann. Ciao, ciao.